Servus Leinen, ich bin Kaiser von Basic Racing und ich muss heute verteilen, dass es meine Hand nicht mehr gibt. Ich meine, sie stehen schon noch dran, aber ich kann jetzt keine Videos machen in den nächsten paar Monaten. Weil ich habe vor kurzem einen Getriebeschaden erlitten. Das sind alle Gänge hier. Das muss ich jetzt sehen. Aber dafür kommt eine neue Serie. Projekt Ranzhofen, den könntest du schon. Den könntest du schon. Ja. Ja. Also ich habe jetzt vor kurzem erst meine Kupplungsseile geändert. Also die Sackrissen. Dann habe ich den Fender neu gemacht. Ich habe ihn gesponsert, eigentlich nicht, aber von Liquid Moly. Ja. Der Betrieb ist halt Comedy Marsch. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß, wenn die Serie rauskommt. Die sollen ein paar Teile werden. Ja. 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 Ich habe ja gegabt. Ja. 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 Ja.